mach dich bereit willkommen zu einer neuen runde ich mal gleich an dem ersten zombie meine neue knarre aus testen doch dies relativ fix wie viel schuss hatten die eigentlich 18 schuss hat die 18 schuss ist aber schon geil so ich muss echt noch eben vorsicht hinter dir kommt okay danke vorsichtshalber nachgeschossen hier ach jetzt habe ich kein messer aber ich egal ich habe hier die fette knarre ich habe sonst ein messer wir warten mal das messer den rest aber er hat mich erwischt der messer dich bald er auch hinter dir vorsicht schick so muss man mal gerne löschen ich muss mich erst mal wieder ans zielen gewöhnen ja das so die erste runde finde ich ist sonst immer die schrecklichste irgendwie so erst mal klar kommen irgendwie außer realität wieder ins virtuelle leben mir ich bin fast über das pferdchen gerannt so das scheint er um zu sein okay so wo ist jetzt hier die treppe oder die leiter wäre scheiße wir müssen irgendwie da oben kommen ja ich glaube schon wieso du es da um neblig hier ja stimmt hier geht es auch nicht nach oben geht es nach oben ach da gott die treppe gar nicht gesehen ja weil es so neblig ist noch so wird das hier wohl hinter sein ach du bist ja schon oben ja hier hinten ist eine leiter okay das ist da mittendrin hier drin da bekomme ich mal da ist es erstmal lösen wir haben einen hinweis bekommen session ich muss mal meine lautstärke ein bisschen verändern mal ein bisschen lauter machen ja weil das ist irgendwie zu leise gewesen nimmt so ja jetzt ist ja wenigstens richtig laut hier so dann wollen wir mal raus ach da ist die leiter sehr gut alles was war das da doch ganz in der nähe hast du ihn gesehen nee aber ich sehe generell immer niemand das problem willst du mal rechts rumlaufen ich laufe mal links rum so können wir auch machen dann sterben wir halt beide ja mal gucken was das war alles hier scheint keiner zu sein der hat sich wahrscheinlich verkrümelt irgendwie weil wir schon zweit sind ach okay der ist hier ich bin tot ach da ist er tot ist er schon tot nee hat er mal gemacht ach der läuft ja noch ja ja oh der hatte die gleiche Idee oh das ist aber schön ist er trotzdem noch da oder hüpf hüpf ich sehe keinen wir gucken ach in der weihnachtsbäckerei oh da ist so manche alter von dir war auch einer ach das ist ja wunderschön ach war das schön egal